Der Tempolimit-Assistent erkennt Temposchilder blitzschnell und erinnert den Fahrer visuell an das aktuelle Geschwindigkeitslimit. Die erkannten Temposchilder werden mit den Daten des Navigationssystems abgeglichen und auf Plausibilität überprüft. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird in der Instrumententafel und im Head-Up-Display angezeigt. Sollte die zulässige Geschwindigkeit überschritten sein, so erscheinen entsprechende Warnhinweise. Bei aktivem Geschwindigkeitsbegrenzer oder beispielsweise bei Regen empfiehlt der Tempolimit-Assistent eine Anpassung der Geschwindigkeit. Das System wird ebenfalls dazu verwendet, auf Gefahrenzonen aufmerksam zu machen. Ein- bzw. ausgeschaltet wird der Tempolimit-Assistent über das Multifunktions-Display. Der Tempolimit-Assistent